Hallo! In diesem Video erzähle ich euch heute ein bisschen darüber, wie die Zeit vor meiner Diagnose von Emma Carhaber und wie ich mich gefühlt habe, als ich das über die ganze Sache herausgefunden habe. Dann fange ich einfach gleich mal mit der kleinen Story an. Das alles begann bei mir, als sich so langsam die Frage stellt, wo meine Tage bleiben. Alle um mich herum hatten sie schon. Ich war eigentlich so ziemlich die Einzige, die es noch nicht hatte und das war für mich irgendwann schon ein ganz kleines bisschen Suspekt. Dann bin ich mit meiner Mama zusammen zum Frauenarzt gegangen, zu meinem allerersten Frauenarzt. Dieser hat mich einfach nur einmal unter Ultraschall genommen und hat gemeint, ach ja, die Gebärmutter sieht man gut, die hat eine gute Größe, ja alles ganz schön, alles wunderbar, bla bla, braucht man sich keine Sorgen zu machen und so ein Schmarr. Aber dann hat sie mir doch, glaube ich nach dem zweiten Termin ungefähr, ja ungefähr zu einem zweiten Termin, die Pille verschrieben, weil die sozusagen die Blutung künstlich anregen soll. Diese sollte ich dann für ungefähr drei Monate nehmen und damit habe ich begonnen, als bei mir die elfte Klasse begann in der Oberstufe. Das war ein ziemlich mieses Timing, denn die ganzen Hormone, die ich auf einmal nämlich reingeschaufelt habe, obwohl die Pille eigentlich recht schwach war, trotzdem war ich die ganzen drei Monate lang ganz plötzlich immer nur müde, immer nur, da war ich down und irgendwie pessimistisch und das war alles total kackt. Und das hat auch überhaupt gar nicht gepasst, natürlich, weil ich ja in der Schule eigentlich gute Leistungen bringen wollte. Es ging sogar schon so weit, dass ich zum Internetsten gegangen bin, um einfach mal meine Schilddrüse unter die Lupe nehmen zu lassen und allgemein zu gucken, vielleicht ist es wirklich was Körperliches, warum ich mich auf einmal nicht mehr gut fühle. Der Internetseilber hat jetzt nichts gefunden genau. Wir haben zwar noch ein paar andere Sachen gemacht, aber eigentlich meinte er, eigentlich ist alles okay soweit. Dann ganz plötzlich, wer hätte das gedacht? Nachdem ich die drei Monate dann abgearbeitet habe, waren meine ganzen Beschwerden auf einmal weg. Ich war wieder normal fit, mir ging es wieder eigentlich ganz gut und dann haben meine Mutter und ich auch schon gemeint, ja, das müssen wohl die Hormone gewesen sein. Die Pille hat ja offensichtlich nichts gebracht. Deswegen haben sich meine Mutter und ich dazu entschieden, dann noch ein bisschen zu warten, bis wir zum nächsten Frauenarzttermin wieder erscheinen. So, als wir dann eine Zeit lang gewartet haben, sind wir nochmal zu der ersten Frauenärztin gegangen und sie war dann auch was ratlos und wusste nicht so ganz genau, was man dazu tun sollte. Sie hat uns aber auch geraten, uns einfach noch ein bisschen mehr Zeit zu lassen und uns nicht so stressen zu lassen. By the way, ich spreche immer von uns, weil meine Mutter und ich immer sozusagen als Zweierpark immer alles so durchgezogen haben, denn sie war eigentlich immer mit vor der Partie, wenn es darum ging zum Frauenarzt zu gehen und sie hat natürlich auch viele Entscheidungen getroffen und so was. Deswegen nicht verwirren, wenn ich immer uns sage, denn meine Mami war immer dabei und hat mir ganz viel geholfen. Meine Mutter und ich haben uns aber dann noch dazu entschlossen, eine zweite Meinung einzuholen bei einem anderen Frauenarzt, der auch etwas jünger war und auch ein bisschen moderner erschien. Und bei dem war ich einige Termine. Also ich war ziemlich lang bei ihm und ziemlich oft. Und er hat jedes Mal einen Ultraschall gemacht und hat kein einziges Mal meine Gebärmutter gesehen. Das hat sich dann dazu gebracht, mir andere Tabletten zu verschreiben, sogenannte Gelbkörperchen, die dann einfach die Eierstöcke anregen sollen, damit sie etwas größer werden und dann im Ultraschall besser zu erkennen sind. Und da hat sich schon ein bisschen das angebahnt, denn eigentlich bei fast jedem Termin hat er mir so gesagt, so ganz subtil, dass man mal überprüfen müsste, ob die Gebärmutter da wäre. Und deswegen hat er die ganzen Ultraschall eben gemacht. Also er hatte schon so eine Ahnung. So viel ich weiß, bin ich die allererste Patientin mit ihm gewesen, die mit MKH zu ihm kam. Aber er hat wirklich sich sehr viel Mühe gegeben und auch ein bisschen rumrecherchiert, um genau herauszufinden, was denn bei mir schiefläuft. Also wie gesagt, er hat bei mir bestimmt zehnmal den Ultraschall gemacht. Kein einziges Mal die Gebärmutter gesehen, zweimal, glaube ich, ja, zweimal die Eierstöcke. Und dann war es ihm irgendwann genug und hat gemeint, okay, ich schicke dich jetzt zum MRT. Das haben wir dann auch gleich gemacht. Das war übrigens im Dezember 2013. Und da war es eigentlich so ziemlich klar, dass ich keine Gebärmutter habe. Das hat man wirklich gut auf den Bildern sehen können. Der Arzt, der es uns da gesagt hat, der nichts wirklich mit der anderen Praxis, mit der Frauenarztpraxis zu tun hatte, war ein bisschen ein Popoloch. Weil er es einfach so gesagt hat, so, ja, nix da. Tja, ja, tschüss, können Sie jetzt wieder gehen. Das war jetzt, ja, nicht so angenehm. Aber zu dem Zeitpunkt war es, was ihr wohlstellt. Also ich war natürlich leicht geschockt. Meine Mutter genauso. Aber ja, da war es halt draußen. Im Dezember 2013 war so die Zeit, wo ich es herausgefunden habe. Ach ja, zwischendurch waren wir auch nochmal bei der ersten Frauenärztin. Und die wollte sich das auch nochmal ganz genau angucken. Und sie hat mich auf den Frauenstuhl gesetzt und einen kleinen Ultraschallkopf genommen für untenrum, damit man das halt einführen kann. Und sie hat versucht, und da ging es natürlich nicht wirklich weit rein. Und sie hat irgendwie immer noch nicht gecheckt, sogar als ich wirklich mit ihr breitbeinig vor ihr saß, dass da einfach irgendwas falsch ist. Sie hat es einfach nicht gecheckt. Und im Nachhinein regt mich das so auf, wie inkompetent man sein muss. Um sowas nicht zu verstehen. Bei der anderen Frauenärztin, die natürlich drauf spezialisiert war, auf das ganze MKH-Kram, bei der es dann um die OP und so weiter ging, die hat sich das nur ganz kurz einmal angeguckt, nicht mehr wirklich viel daran rumgemacht, sondern einfach, sie hat sich angeschobt gemeint, ja, okay, das ist wirklich, ist zugewachsen, das ist nichts. Und die eine hat es einfach nicht gecheckt. Und das ist auch ein Grund, warum ich unbedingt möchte, dass das Thema einfach nicht mehr verbreitet wird, vor allem bei den Frauenärzten. Das kann nicht wahr sein, dass die sowas nicht kennen, obwohl das so häufig vorkommt. Und Mädchen, wie es auch bei mir eben war, dann sich so lange damit rumquälen müssen, bis sie dann endlich Bescheid wissen, worum es denn eigentlich geht. Deswegen möchte ich auch bei meinem nächsten Frauenarzttermin meinen Arzt mal fragen, ob es irgendwie möglich wäre, dass er bei der nächsten Fortbildung wenigstens das Thema mal erwähnen könnte, damit dann schon mal der Name bekannt ist. Das würde, glaube ich, einiges helfen. Und jedes Mädchen draußen, die das Video jetzt gerade sieht, es wäre wirklich toll, wenn du das auch bei deinem Frauenarzt machen könntest. Ja, einfach mal fragen, hat er das Gefühl, dass das Syndrom schon gut bekannt ist? Wenn nicht, kann er da irgendwas dafür zu tun, dass das etwas bekannter wird? Nur eine Kleinigkeit, es muss nur mal angesprochen werden, vielleicht reicht das schon. So, nun wisst ihr, wie das bei mir alles abgelaufen ist. Das Ganze hat sich jetzt wirklich zwei Jahre lang gezogen, bis irgendwas herauskristallisieren konnte, was bei mir echt genau vorging. Also, wie gesagt, es ging mir natürlich ziemlich kacke bei der Diagnose. Aber andererseits, muss ich sagen, habe ich mich auch schon ziemlich gut ausholen können, während den zwei Jahren, solange eben der ganze Schmarrn ablief, weil ich mir schon immer überlegt habe, was wäre, wenn ich unfruchtbar wäre. Denn das war das einzige Indiz, wenn ich keine Tage hätte, dachte ich mir auch gleichzeitig, ja, wenn ich sie nie haben werde, warum auch immer, dann wäre ich doch bestimmt auch nicht unfruchtbar. Und, ähm, ja, da war ich schon oft genug traurig deswegen. Und als es dann alles ganz klar war, war es dann halt, ja, gut, dann müsste ich wohl damit leben. Also, das ist auch so die Sache, die ich im letzten Video ganz kurz angesprochen habe. Ähm, du kannst einfach nichts dagegen tun. Es ist jetzt einfach Realität und man muss damit so gut auskommen, wie es geht. Vor allem, es schränkt einen ja nicht im Alltag ein. Es ist, klar, es schränkt einen im Lebensbereich ein. Ähm, das aber auch nur bis zu einem gewissen Teil. Man kann sich operieren lassen, damit man wenigstens normalen Geschlechtsverkehr haben kann. Aber ansonsten kann man doch ganz gut damit leben. Jeder hat so sein kleines Säckchen auf dem Rücken, oder seinen kleinen Ballast, den er tragen muss. Und das ist halt eben unsere. Ich finde, das ist auf jeden Fall machbar, damit klar zu kommen. Und dann vielleicht auch die Vorteile rauszuziehen, denn, bam, ich chill hier einfach. Und ich habe keine Tage, ich habe keine Beschwerden, ich habe keine Krämpfe, ich habe kein gar nichts. Gut, ich habe mehr als genug, äh, Hormonenschwankungen, wo auch mein Freund ziemlich darunter leihen muss manchmal. Ja, aber ansonsten haben wir es in manchen Bereichen auch ziemlich entspannt. Also, ich meine, ist ja auch ein Vorteil, ne? Und wenn man schon sowas hat, dann bringt es einem auch nicht die ganze Zeit, deswegen rumzuheulen. Genau. So, dann bin ich jetzt auch schon am Ende mit meinem Video. Äh, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und auch ein bisschen unterhalten. Äh, und im nächsten Video sehen wir uns dann wieder, wenn ich dann erzähle, äh, wie denn mein Umfeld darauf reagiert hat, dass ich einfach gar Haar habe und, äh, wie sie auch jetzt damit umgehen. Also, bis dahin. Tschüss!